Du, Lolita, spielen deine Hormone auch verrückt? Geht so aber essen mag ich trotzdem nicht so recht. Was soll ich machen, ich habe halt keinen Appetit, Üfone kann kochen was sie will, wenn ich nicht mag, dann mag ich nichts essen. Du die wird das schon verstehen. So nun haben wir genug gejammert, es geht uns ja gut, also. Tschüss, eure Lolita. Und eure Beauty. Macht's gut. Euer Beauty. Vielen Dank.